Hallo Freunde, ich bin Chris Nutter von SwissChiefH4 hier und heute mit der 40. Folge von unserer Road2Glore. Ich montiere hier gleich noch meine Kappe, weil es geht jetzt los. Boom! Hier das gegnerische Team, ein... What the fuck? Wieso spiele ich gegen ein Goldteam? What the fuck? Ich habe Silberturnier eingegeben. Bist du mich jetzt verarschen? Ja, ich gebe das Spiel auf. For fuck's sake, das... Aaaaaah! Ja, dann sind wir halt ausgeschieden, das spielt doch keine Rolle, Mann. What the fuck? Ich habe mich im Silberpokal angemeldet. Scheissi, ey. Scheissi, ey. Die Folge fängt ja schon mal super an. Super. Oh, scheiße. Diese verdammten Huren sind immer das gleiche mit diesen Scheissi-A-Mitarbeitern, Mann. Oh, come on. Mach vorwärts, jawohl. So. Jetzt Silberpokal, nicht Goldpokal. Sind wir da halt zwar rausgeflogen, aber scheiss egal. Goldpokal ist eh nicht so schwierig. Also habe ich zumindest das Gefühl. Aber wir spielen auch gegen ein Barclays Premier League Team. Natürlich ein silberiges und kein goldiges. Mit dem Pace, 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 viel Pace, Pace und Kopfballstarken Spielen. Das ist alles, was ich über das Team sagen kann. So, come on. Ich bin ready. Ich bin am Schwitzen wie eine Sau. Holy shit. Come on. Come on. So, ja. Willst du Skills gegen mich machen, hä? Da, Chigawi, nimm dir den Ball. Cermitti, ja, sehr schön. Gib ihm eine Roulette. Okay, Körperfinder geht auch. Jetzt der lange Ball. McKay-Stevy. McKay-Stevy, bring den Job. Bring den Job. Roulette, ja, ja, bleib mal. Oh, ist da Chigawi in der Mitte? Ist da Chigawi? Setz dich doch durch. Come on. Come on, ja. Der Gegend kann ja gar nichts. Ah, nein, 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 nein. So, wir machen da Team Pressing. Team Pressing. So, da haben wir den Ball. Da haben wir den Ball. Oh, siehst du den Ball nicht mehr? Oh, Traumkombination. Chigawi, gib dem Lupfen. Ah, er kommt nicht an den Ball. Come on, Druckphase. Ja, gut, Willi. Auf Chigawi. Der auf McKay-Stevy. Nein, nein, nein. Chigawi. Come on. Ah, da hätte ich schiessen sollen. Da hätte ich schiessen sollen. Wieso spiele ich da Sweaty? Wie komme ich auf die dumme Idee, Sweaty zu spielen? Sehr schön geholt, sehr schön geholt. Ah, wir machen Druck, wir machen Druck. Das ist gut, das gefällt mir. Ja, come on, Chigawi. Ja, 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 das ist unser. Das ist unser. Ja, ruhig. RUHIG! 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 BALL ROLL FAKE. RUH... Äh, lass es gehen. McGiDee, Scoop Turn. Jetzt der RUHIG! Come on, die erwarten der Ballrolle. Setz dich durch. Quincy! Nein! Alter, Quincy, bist du behindert. Du hättest dir den Ball locker holen können. Aber wir machen Druck. Wir machen Druck, wir machen Druck. Der Gegner kommt nicht raus. Der Gegner kommt nicht raus. Yasin, Chigawi, Ballrolle, Scoop Turn. Auf Cermiti. Come on. Ja, ja. Ah. Come on. HUHUH! Chigawi holt sich den Ball schon wieder. Ballrolle, Scoop Turn. Wieder auf Chigawi. Come on, finish! Finish, der Chigawi! Chigawi, so wie ich ihn ab der ersten Folge erwartet habe. Einfach nur Tore schiessen. Einfach nur Tore schiessen. Jetzt seht ihr, erster Schuss von Chigawi, erstes Tor. Genau so ist es bei Chigawi. Ein Schuss, ein Tor. Okay, der Flick hat er mir jetzt gegeben. So, jetzt geben wir ihm den Dragbag Fake. Ah, nein, warte, jetzt geben wir ihm den Dragbag Fake. Auch kein Dragbag Fake. WTF? Ja, 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 ja. Team of the Season. Wir haben da Team of the Season. Da brennt in der Verteilung einfach nichts an. Oh. Running, Waka, Waka, Scoop Turn, Ballroll. Ah, kein Dragbag Fake. Ah, schlechter Pass. Wir holen uns den aber wieder. Mit Quincy. Geben wir... Nein. Jetzt aber Dragbag Fake. Ja, sehr schön. Und wir geben ihm nochmal einen, weil es so schön war. Und ich würde sagen, nochmal einen. Ah, jetzt hat er uns den Ball weggenommen. Aber jetzt, hör auf zu skillen, Chris. Hör auf zu skillen. Oh, der NBS Rainbow. Oh, der wäre ganz geil gewesen. Jesus, Mann, so ein schön gesenkter halb Longshot Ball. Ja, wir sind schon wieder im Ballbesitz. Come on, ist das wirklich dein Ernst? Oh, nein. Ich sage lieber nichts. Ich sage lieber nicht. Nein. Oh. Erste Aktion. Erste Aktion. Holy shit. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Nicht, dass ich wieder so den Scheisse mache und dann verliere ich wieder. Das will ich wirklich nicht, weil der Gegner ist machbar. Er ist nicht der Stärkste. Er hat zwar ein gutes Team, aber wirklich ein heftiges Team. Aber er ist nicht der Stärkste Gegner. Oh. Ich musste übrigens, wegen Scheisse, ey, muss ich jetzt circa dreiviertelstunde warten, bis ich endlich mal ein Scheisse Gegner gefunden habe. So, aber wir gehen hier wieder ins Spiel. Im Moment läuft nichts mehr so gut wie auch schon. Oh, nein. Team of the Season. Team of the Season. Team of the Season. Abon lahure. Du bist gar nichts gegen Team of the Season, Mann. So, jetzt Yasin Chigawi mit dem herrlichen Pass. Auf McCase TV mit dem... Wieso machst du keine Roulette? Jetzt der Lupfer. Das war ein Lupfer. Nein, zu hoch. Oh mein Gott. So scheisse von mir. Das hätte ich ausnutzen müssen. Er ist viel zu weit rausgekommen mit dem Torhüter. Das hätte ich bestrafen müssen. Das war richtig schlecht von mir. Richtig schlecht. So, jetzt der Ball ab. Quincy, nein, Offside. Also es war Offside. Es war Offside. 100% es war Offside. Der Schiedsrichter hat hinten. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Ich habe es genau gesehen. Er hat es nur nicht gepfiffelt. So, jetzt Quincy. Ah, was machst du? Kein Robona-Pfade, Mann. Oh, sehr schön. Sehr schön geholt. Chigawi mit dem Scoop-Turn. Mit dem Roulette-Tor. Ah, nein. Chigawi. Enttäusche mich nicht wieder. So, jetzt aber Germitti. Geben wir ihm zwei Faith-Shots. Jetzt der Scoop-Turn. Ja, Heel-to-Heel. Ballrolle. Come on! Ja, Chigawi. Ballrolle, Scoop-Turn. Boom. Chigawi. 2-0. Unser Star-Spieler. Yossi, Chigawi. Oder mein Lieblingsspieler, sagen wir es mal so. Schöner Ballrolle, Scoop-Turn. Im 16er-Skillen wir da noch ein bisschen rum. Das muss schon sein. So, come on. Chigawi. Hol dir den Ball wieder. So, jetzt. Mekhe ist Evi. Läuft da schon wieder. 2-0. Oh, jetzt Roulette. Perfekt vorbei. Und jetzt ein Lupfer ins Tor. Wieso schiesse ich nicht Finesse? Wieso bin ich so behindert? Und denke, ja komm, versuchen wir es aufs Killen mit dem Lupfer. Aber nein. Ich hätte einfach Finesse machen können, der Ball wäre drin gewesen. Ich soll nicht so spielen, wenn ich im Halbfinale schon stehen mag. Das ist wirklich nicht gut. Wenn ich jetzt verliere, das wäre so bitter. So, Chigawi. Ja, gib ihm noch eine Grätsche am Torhüter. Okay, das heisst, dass der Gegner jetzt abbrechen wird, weil er wollte ein Eigentor schiessen. Jawohl. Hier hat der Gegner gequittet. Wir sind weiter. Und das heisst, wir sind im Finale. Wir sind zwar schon zweimal gescheitert im Finale. Aber jetzt haben wir so ein geiles Team. Also ich meine, Achtelfinale hatten wir glaube ich Probleme. Bin ich mir nicht mehr... Nein, Achtelfinale braucht keine Probleme. Viertelfinale durchmarschiert. Halbfinale durchmarschiert. Und morgen wird dann das Finale kommen. Wir haben noch Levelaufstieg. Wir sind jetzt Level 20. Yeah. Und ähm... Ja, das war es dann von der 40. Folge von unserem Road to Glory. Ich denke, dass ich morgen wahrscheinlich sehr lange warten muss, bis ich ein Final gegen ihn gefunden habe. Aber das wird das Problem morgen sein. Und heute ist es nicht mein Problem. Also, ich hoffe, ihr hattet Spass an der 40. Folge von unserem Road to Glory. Ich bin raus. Ich hoffe, ihr hattet Spass. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.